Ja, 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 ich mach den auf. Da kann ich an der Stelle eine abseitige Zwischenfrage stellen. Erlauben Sie, dass ich mich meines Jacketts entlegen gebe? Schnellt die Sonne in einer Prise. Danke sehr. Wer sich dessen bewusst ist, was ich zu Beginn gesagt habe, dass Demokratie man eben nicht hat, und dass Demokratie eben nicht ein für alle Mal gegeben und dann fertig ist, sondern dass sie immer neu erhungend erkämpft. Und das heißt auch, verwandelt werden muss. Die Formen, in denen Demokratie in Erscheinung tritt, können nicht nur, sie müssen je und je andere werden. Mit der Gesellschaft, die sich verändert. Mit den Menschen, die sich entwickeln und verändern. Mit unserem Bewusstsein, unserem Wissen. Müssen auch die Formen von Demokratie sich verändern. Die meisten Bürger haben ja heute den Eindruck, ich kann ja sowieso nichts machen. Die machen sowieso was sie wollen. Das ist, was heute viele sagen und so empfinden. Die Zufriedenheit mit der Demokratie schwindet von Jahr zu Jahr. Schauen Sie, die Bürger, und das ist mein wichtigstes, drängendstes Anliegen, die Bürger erleben gar nicht, dass das ihre Sache ist. Die erleben die Demokratie nicht als ihre Sache, sondern die erleben eine Zuschauer-Demokratie, in der sie alle vier Jahre oder fünf Jahre im doppelten Wort sind, ihre Stimme abgeben können. Ein anderer Bekannte, von mir, Dieter Hirgebrandt, den Sie vielleicht auch kennen, hat mal gesagt, dass mit dem Wählen, das sei mit seiner merkwürdigen Bestattungssprache verbunden. Also der Wähler, wiederum, wir sind ja hier in einem kirchlichen Haus, der Wähler füllt einen Wahlschein aus, indem er ein Kreuz macht. Er faltet den Schein und dann wirft er den Schein, vorher durften wir das ja mit unseren Gedanken machen, vorher war es so eine Box, bei der Wahl, er wirft den Schein in eine Urne. Und in Deutschland sind die Urnen schwarz, wenn man das gleich ist. Und dann ist die Stimme regaliter weg. Sie ist in der Urne verstunden. Und abends schaltet man den Fernseher ein und dann sieht man all diese Gestalten da, die sich für das Vertrauen bedanken. Und ich kenne Ihnen regelmäßig die Situation, wo wir uns anschauen und sagen, warst du das? War ich das? Ich glaube, dass, wie kann ich das vorsichtig formulieren? Heute ist es so, wir haben überwiegend eine parlamentarische Demokratie, die von Parteien bestimmt wird. Parteien sind sinnvoll und notwendig, als gewissermaßen Agenturen und Politikvorschläge zu formulieren. Man braucht sie. Aber ich meine, die Parteien haben viel zu viel Macht gewonnen im Staat, in der Gesellschaft. Und übrigens auch in den Parlamenten. Was wir nicht haben, ist das, was die Demokratie brächte, wenn wir sie ernst nehmen, ein Stück weiterentwickeln würden. Vom Stimme abgeben, dahin weiterentwickeln, dass die Bürger selbst über Sachfragen entscheiden können. Dann kommen sie raus aus dieser Stammtipp-Stimmung, die da oben, aus dieser reinen Mäckelei. Da muss man nachdenken, welcher Vorschlag ist denn nun der beste? Und da muss man seine Stimme abgeben. Und das ist das Hochinteressante, dass überall da, wo das praktiziert wird, die direkte Demokratie zu einem weit höheren Maß an Information in der Gesellschaft führt, zu einem höheren Maß in Sachdiskussionen. Es wird eben dann nicht mehr diskutiert, ist der hübscher oder die oder wie finde ich den? Was auch richtig ist bei Wahlen in der Welt mit Menschen. Sonst wird darüber gesprochen, was finden wir in der Sache richtig? Welche Wirtschaftspolitik wollen wir haben? Welche Umweltpolitik? Welche Sozialpolitik? Welche Bildungspolitik? Wir haben solche Diskussionen dort, wo wir direkte Demokratie haben. Sie sind unglaublich spannend und lehrreich und sie bringen ein Land weiter. Direkte Demokratie trägt die Politik und die großen Fragen der Gesellschaft und der Zukunft unter die Menschen und führt dazu, dass die Menschen erleben, ja, wir sind souverän. Jeder Mensch kann Initiator eines solchen Vorgangs werden und am Ende entscheiden die Menschen, das Spannendste an der direkten Demokratie ist meines Erachtens gar nicht das Ergebnis. Das Spannendste ist der Prozess, der Prozess der Souveränität und der Prozess des Gesprächs der Menschen miteinander über die großen Fragen der Zukunft. Damit will ich meinen Vortrag beenden und einen noch zitieren, den ich gern habe, das ist Johann Wolfgang von Goethe, ich hoffe, Sie mögen ihn auch, der hat in den Wisschen formuliert, welche Regierung die beste sei, die, die uns lehrt, uns selbst zu regieren. Vielen Dank.